Dieses Video ist unterstützt vom EA Creator Network, die mich die Season 2 Wochen vor Release schon testen haben lassen. Vielen, vielen Dank dafür und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit. Eine coole Sache. Vielen Dank. Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute bekommt ihr die Insider News. Heute Abend um 19 Uhr geht die Season los. By the way, kurze Werbung in eigener Sache. Natürlich, wie es zum Start einer Season von mir so üblich ist, wird es natürlich um 18 Uhr einen Livestream geben. Was heißt, wir werden in die neue Season zusammen rein streamen. Ich habe ultra Bock drauf, aber ich kann euch jetzt schon um 14 Uhr, sprich also 5 Stunden zuvor, schon zeigen oder zumindest einen kleinen Teil davon zeigen, was euch heute Abend erwarten wird. Denn ich habe tatsächlich, wie schon erwähnt, die Season 2 Wochen vorher testen dürfen, bevor sie jetzt heute rauskommt. Und ja, darf jetzt auch seit ein paar Tagen tatsächlich Gameplay veröffentlichen und ja, was halt sich alles so tut. Beziehungsweise halt, wir dürften in einem Insider-Bild die Season testen. Und das darf ich euch jetzt, wie gesagt, alles zeigen. Und da gibt es tatsächlich einige spannende Sachen zu sehen und ich würde sagen, wir schwafeln gar nicht lange, sondern legen direkt los. Let's go! Okay, so sieht die Lobby aus. Ja, Battle Pass. Okay. Ja, der Crypto-Skin sieht nice aus. Mirage eigentlich auch. So, was haben wir hier? Waffen. Okay, da hat sich nichts geändert. Ah, schade. Für die Nemesis sieht man noch keine Skins. Boah, das wäre cool gewesen. Das hätte ich gefühlt, wenn man die ganzen Skins schon gesehen hätte. Aber nee, okay. Die sind also noch nicht bekannt. Okay, das sind die Legenden. Oha, das hat sich ja komplett verändert. Okay. Ja, moin. Die Anordnung ist ganz anders. Dann haben wir hier diese fünf Klassen. Okay, gut, das war klar. Assault. Skirmisher. Okay. Mirage im Skirmisher. Okay. Controller. Support. Und Recon. Okay. Okay. Ja, eigentlich, also, vom ersten Eindruck her, genial. Schöne Aufteilung. Oh, okay, okay, okay. Lass mal die Nemesis testen. Lol. Und sogar eine Anzeige da oben, wie viel Accuracy und alles, man hat 16 Shots. What? Okay, das ist ultra geil. Und man sieht, die Waffe lädt sich auf, da ist so ein Balken drüber. Und jetzt ist sie gerade bei 100. Was heißt also, jetzt ist sie quasi vollautomatisch. Warte mal, lass mal die Hemlock testen. Throwing Knife. Hier, Hemlock Burst AR. Ja, Moin. What? Okay. Aber. Okay, was haben wir hier? Dynamic Stats. Okay. Infinite Weapon Reloads. Okay, das ist geil. Also quasi in unendlichen Munition. Das ist nice. Hitmarkers. Was ist denn Hitmarkers? Achso. Die Punkte, wo man trifft. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, okay. Das ist nett. Target Speed. Walk. Run Zipline. Hä? Aber die Bots bewegen sich doch noch gar nicht. Achso. Das sind diese Ziele da hinten. Ja, okay. 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 Ich habe es verstanden. Ja. Geschnallt, aber. Hä? Ich dachte, man kann die Bots auch zum Bewegen bringen. Bewegen die sich jetzt nicht mit? Warte mal. Strafe left, right. Stay still. Hey, das ist nice. Ja, moin. Okay, das ist crazy. Okay, lass mal hier nochmal ein bisschen rumstellen. Stray Speed. Ja, warte mal. Wären die jetzt schneller? Ne, warte mal. Die sind gleich schneller, oder? Okay, ich habe es irgendwie noch nicht ganz geschnallt. Irgendwie. Lass mal kurz ein bisschen. Ui, ui, ui. Hat es kurz ein bisschen geruckelt. Warte, warte, natürlich wahrscheinlich nicht alles gleich schon so stabil, aber. Okay. Ja, geil. Okay. Okay. Dann, äh. Walk. Stay still. Nein. Ja, okay. Strafe left, right. Ach so, hier. Shield Level. Ah, okay. Müffig. Mhm. Can crouch. Ja, natürlich. Random Intervals. Okay. Okay. Okay, also. Das ist ultra schwer. Gut, ich habe auch schon seit längerer Zeit kein Apex mehr gespielt, aber. Du brauchst ja dann keinen Aim Trainer mehr. Du kannst jeden Aim Trainer wegschmeißen. Das reicht. Das ist zwar. Ein bisschen eintünig, aber. Das reicht vollkommen aus. Ja, geil. Okay, das ist insane. Das ist wirklich insane. Weil dadurch hat wirklich jeder die Möglichkeit, absolut nice an Aim zu trainieren. Okay, erste Runde Team Deathmatch. Ich bin gespannt. Na klar. Die Legends wurden hier auch neu orientiert. Okay, das ist geil. Neuer Legends Select Screen. Macht aber Sinn. Ich meine, na klar, wegen der neuen Klassen und. Hollow ist mein Mate. Das ist der echte, oder? Ja, natürlich ist der echte. Brudi. Soa Hollow ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, einer der besten Brave-Spieler dieses Planeten. Ja, gönnen wir gleich die Nemesis und die B20. Ich will die Waffe in-game austesten. Als ob ich mit Hollow in der Lobby bin. Ja, moin. Okay, also wenn wir das nicht gewinnen, dann weiß ich aber nicht mehr. Wobei, darf man auch nicht sagen, weil ich meine, das sind halt jetzt einfach die besten Spieler oder halt die größten Content Creator der Welt plus Deutschland plus Europa. Und die sind natürlich alle ultra gut. Da werde ich wohl kaum mithalten können. Okay. Muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Also wir spielen hier wieder auf Kings Canyon. Auch eine neue Experience. Okay, der Kill war nice. Jawohl. Nice, 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 nice. Hier ist doch gerade jemand gelandet, oder? Hä? Wo? Der war doch gerade hier. Ah ja, hier, okay. Nice. Sehr stark. Ja, doch, die Nemesis, die bockt schon. Die ist schon ganz geil, muss ich sagen. Okay, nochmal eine. Lass mal Double Nemesis spielen. Geil. Okay. Okay, der teilt aber auch ganz schön Damage aus. Oh, sie hat... Okay, es ist gerade alles ein bisschen zu viel für mich, bin ich ehrlich. So, hier mal ein bisschen heilen. Jawohl. Okay, dann lass mal den hier schnell mithelfen. Hallo? Okay, jetzt nice. Komm schon. Nice. Oh, schade, der hat uns bekommen. Jetzt verliere ich die Nemesis, oder? Jetzt habe ich die nicht mehr. Oh, eine Flatline. Ja, gut, ne? Bruder! Ich muss ganz dringend los. Junge, was geht hier ab? Was geht hier ab? Der verfolgt mich immer noch. Lass mich in Ruhe, bitte. Okay, ich glaube, ich soll es überleben. Oh Gott, das ist nur mein Meter. Alles gut. Okay. Nice. Es ist so tough, ne? Es ist so unfassbar anstrengend, weil halt hier wirklich einfach nur ultrakrasse Spieler mitspielen. Okay. Okay, okay, okay. Lass mal da nach oben. Hi. Keiner hier, oder was? Das ist ja langweilig. Ah, da drüben, warte mal. Ah, piek doch. Pfff. Der Sensivere-Schuss war gut. Oh, juckt. Okay. Oh, 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 oh. Ja! Oh? Ja, komm, trau dich doch. Komm. Trau dich. Komm schon. Oh nein, ich muss den bekommen. Ich muss den bekommen. Ich habe keine Q. Komm schon. Jetzt aber. Ah, okay, danke. Alright. Lass mal da hoch, bitte. Warte mal, warte mal. Ah, nee, okay, das ist mein Mann. Alles gut. Oh. Okay, er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Nice. Oh, die Horizon, die Horizon, die Horizon. Die hat keine Ahnung. Komm schon. Ja. Okay. Ja, bockt schon der Modus. Ist geil, ist geil. Achtung, Vorsicht, Vorsicht, helft ihr mir. Ah, nochmal schon Hits mitgedrückt, aber da oben ist irgendwo, ja, Mann. Okay, warte mal, ich queue mal vielleicht hinter dem, oh, warte, das ist die Q, da ist die Q, da ist die Q. Oh, der hat mich vorhin schon mal gekillt. Vorsicht. Okay. Haha. Okay, das hat er gut gemacht, das hat er gut gemacht, muss ich mir lassen. Wir haben jetzt eh gewonnen, oder? Ja, 30 Kills. GG, nice. Und einfach Hollow hat einfach zwei Cut-Damage als einziger. Ja, moin. Okay. Runde eins war spaßig. Hat mir gefallen. So, jetzt Runde zwei, oder was? Ja, andere Loadouts, ich nehme aber wieder Assault, ja, na klar. Schade, ich hätte die Nemesis gerne nochmal ein bisschen mehr gezockt, aber okay. So, diesmal vielleicht andere Taktik, wir gehen mal auf das Skelett drauf. Weil, das war schon immer der brokenste Spot hier auf Skulltown. Deswegen mal gucken. Oh, wie überall diese Apex-Festballons hängen. Schon süß. Oh nein, er ist so low. Und da ist die Bangalore. Die auch so ultra sweaty ist. Es sind alle die ultra sweaty, was laber ich? Alle außer ich gefühlt. Oh, 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 oh. Digga, wo ist mein Aim? Okay, das war eine gute Queue. Das war eine gute Queue. Smart, smart, smart. Not bad, not bad. Oh. Okay, mein Aim ist einigermaßen zurück. So, dann heißt es jetzt warten. Warten, bis die Schilde wieder regenerieren. Okay. Dankeschön. Nice. Sehr gut. Geiler Kill. Ich kann nicht genau erkennen. Ich glaube, das ist die Maggie. Hallo, komm, du holst ihn doch. Hallo, hat ihn. Na klar. Na klar. Oh, hier ist was. GG. Nicht schlecht. Okay. Ah ja, hier. Okay. Die ist auch am strafen. Oh. Nice. So, du bist down. Oh, Crypto holt. Heilen. Ach, das war die Horizon. Lol. Okay. What? Äh. Ja, warum nicht, ne? Geh mal die Spitfire. Bin ich dabei? Oh. Da war was. Was? 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 Ja. Geil. Okay. Nice, nice, nice. Oh, oh. Aber die haben, die haben ganz schön Punkte. Ah, nice. Okay. Ah, die werden sie jetzt holen, ne? Ah, GG's. Aber okay, okay, okay. Not bad, not bad. Ist ein geiler Modus, muss ich sagen. Könnte tatsächlich der geilste Modus sein, neben Team Deathmatch und Control und Arena. Nicht Team Deathmatch. Team Deathmatch spielen wir gerade. Äh, ja. Ey, also ich fand's geil. Ohne Spaß. Ja, 4K Damage. Ist klar. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal an das EA Creator Network, die es mir möglich gemacht haben, das Ganze schon vorher zu spielen und zu testen. Vielen lieben Dank und ja, ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.